Ja, das habe ich eigentlich vorher schon gesagt, das hatte eigentlich gar nichts mit dem zu tun, mit dem Sekt. Das war einfach, dass mir das gestern so ein bisschen, ja als dann der ganze Druck abfallen ist, als das Wahnsinnsziel, oder was heißt, der Traum, sage ich eher, erreicht war, dann ist so ein Wahnsinnsdruck abgefallen und ich habe einfach mal eine Stunde gebraucht, in der ich allein sein wollte, über alles nachgedacht habe und mir das Ganze auch mal Zeit genommen habe, dass das wirklich oben ankommt. Und, ja, aber das ist jetzt, habe ich geschafft, das ist alles verarbeitet und jetzt geht es mir wieder super. Beziehungsweise jetzt geht es mir halt richtig gut, weil jetzt habe ich alles, ja, ist alles oben und das ist schon jetzt ein geiles Gefühl. Ja, ich habe es heute in der Zeitung gelesen, dass die Toilette nicht der ruhigste Ort war, aber, ja, es war einfach, es war ja nicht geplant. Es war einfach so, ja, ich brauchte mal kurz eine Stunde und dann bin ich kurz weg und dann war ich wieder da und jetzt bin ich immer noch da und so bleibt es.